Warum kann ich, ich kann hier keinen Zaun bauen? Wie geht das? Warum kann ich, warum ist das hier so komisch? Du kannst keinen Zaun bauen, weil du keinen Zaun hast. Ach so. Ich liebe, dass ihr wirklich mittlerweile mit mir redet, als wäre ich wirklich ein Vollidiot. Also ich meine das wirklich ohne Gag, was wiederum lustig ist. Also wirklich so, Nico redet wirklich wie so, Donny, du kannst keinen Zaun bauen, weil du hast keinen Zaun mehr. Um einen Zaun zu bauen, brauchst du einen Zaun. Und Donny so, aber das Gras, wo baue ich Gras?